Hallo Leute, was geht? Ich bin zurück. Gameway Joey ist zurück. Heute mal wieder im Wasamba Casino. Ich habe mir überlegt, wir spielen mal Crystal Ball. Ja, auch geiles Game, das ich lange nicht mehr gezockt habe. Wieder eine gute Balance drauf. Gucken, was abgeht. Ob der uns hier heute mal reinlässt. Ich würde auf... Ah, komm. 3,50 Uhr starten. Wir müssen mal runtergehen. Ach, letzter Livestream war ja leider nicht so erfolgreich, wie ihr hofft. Ich bedanke nochmal an alle, die da waren auf Twitch. Folgt mir da gerne auch, wenn ihr Bock habt. Ich mache auch manchmal Gewinnspiele. Gamble-Joey heiße ich da. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob man den Sound hören kann. Ich kann es nicht so gut hören. Mache ich mal ein bisschen lauter. Ah, das ist besser für mich. Ah. Mal gucken, ob wir jetzt mal direkt reinkommen. Das wäre geil. Wäre eine nice Sache. Falls ihr auch mal bei Samba oder sowas spielen wollt, könnt ihr bei mir auf der Webseite mal vorbeigucken. Ich bewertete da die Casinos bei Gamble-Joey. Genau. Jetzt gucken wir mal, dass wir direkt reinkommen. Lange nicht mehr gezockt. Geiles Game, wie ich finde. Schreibt mir auch gerne mal, was ihr so gerne zockt. Ich mache auch Abo-Wünsche und sowas. Ja, jetzt. Komm, komm, komm. Mach nicht die erste Mal. Ah, und wieder einer gefehlt für eine Vollreihe. Auf 3,50 wäre gut, jetzt direkt reinzukommen. Wird mir imponieren. Ah, viel los in der letzten Zeit. Genau, deswegen war ganz nice, jetzt mal wieder zu zocken. Ah. Auf 3,50 geht es natürlich schnell. Ich muss ein bisschen den Überblick hier behalten. Ah, kommt schon. Komm, geh mal rein. Die ersten beiden Scatter sind immer so todesöde. Ihr kennt das. Das nervt einfach. 17,50. Ja. Ah, komm schon. Das wäre doch nice, einfach mal reingehen. Mich würde es freuen. Euch wahrscheinlich auch. Habt ihr was zu gucken? Komm. Trau dich doch mal. Crystal Ball. Einmal jetzt. Die Fries. Hier war richtig schönes Wetter. Richtig gutes Wetter. Bei euch denke ich mal auch. War echt cool. Nice. Kann gerne so bleiben. Ich als Kind der Sonne. 17,50. Ach, komm. Ja, 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 ja. Müssen wir echt ein bisschen probieren hier. Das wäre es mal. Einfach reingehen und direkt zack. Fries. Ja, kommen bis 700. Sonst muss ich mal runterstellen. Ding. Miese Brise. Hätten auch mal Bock auf eine volle Reihe. Irgendwas. Serie wieder. Voll Blatt. Ich hab's immer so gern gezockt. Das Game. Ja. Jetzt gerade. Enttäusche mich gerade ein bisschen. Aber kann er noch werden. Ah. Okay, da hast du dann die Serie gekriegt. 70 Euro. Jetzt mal eine höhere Serie. Vollreihe. Mit irgendwas Schönen. So ein schönes Premium Symbol. Ding, ding, ding. Eher nichts bisher. Ach, komm. Jetzt mach doch irgendwas. Meine Geduld wieder. Leute. Komm schon. Muss ja nicht direkt Max Win sein. Ein bisschen was reicht ja auch. Jetzt geh ich mal ein bisschen runter vom Einsatz. Ach, schade. Komm, wir gehen auf 2,50. Ist auch okay, wenn er reingeht. Kann auch schon ein bisschen was machen. Müssen ja jetzt auch wieder ein bisschen Geld reinholen. Langsam. Ein bisschen was wenigstens. Wäre schon ganz gut. Freispiele würde ich auch gerne mal sehen heute. 2,50. Also ein bisschen schnell vielleicht. Boah, der ist echt ein bisschen eingefroren jetzt. Ah, Fuffi. Okay. Einer gefehlt für die Vollreihe. So kommen wir leider nicht hoch. Ohne Freispiele. Würde ich schon gerne mal kriegen jetzt. Gut, man kann natürlich nicht immer nur gewinnen. Jetzt. Und immer mit den Köpfen, ne? Ach, ey. Ärgerlich. Noch mal 3,50 probieren. Bisschen. Vielleicht ist es der Einsatz. Ding, ding, ding. 7 Euro. Komm schon. Ding. Mann, 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 Mann. Boah, das Spiel bringt mich wieder zur Verzweiflung hier. Boah, 2,50 probieren. Boah, 2,50 probieren. Komm schon. Hey, das kann's nicht sein. Hey, das kann's nicht sein. Fast 500 schon down. Ja, da tut sie wirklich nichts. Da tut sie wirklich nichts, ne? Ich hab mich so auf das Spiel gefreut. Komm. Gern noch mal 5 Gättern. wir machen noch nicht wieder zwei kann es nicht sein, komm einmal muss er doch, oder? na gut, müssen tut er gar nichts ich hätte mir ja eigentlich Grenze 500 gesetzt aber auch erhofft, dass wir einmal Freispiele kriegen ach Mensch ärgerlich komm jetzt noch vor 500, das wäre gut macht er noch, oder macht er nicht ne, das sieht eher schlecht aus hier ach, schade ja, hier würde ich erst mal ein Cut machen, danke fürs Zuschauen Leute, heute hat es leider nicht geklappt Crystal Ball 500 weggefressen genau, so kann es natürlich auch mal laufen, macht euch das immer bewusst spielt nur mit dem Geld, was ihr über habt macht's gut und haut rein, euer Gammel bis jetzt Ciao.